Wie viel war das? 300 Schuss. Reicht das? Ich weiß nicht. Ich lasse es darauf ankommen. Müsste jetzt eigentlich noch zwei Medipacks kaufen und kaufe dann zwei Energieknoten. Achso, nee, ich wollte auch eigentlich nur raus. So. Jetzt gehe ich hier lang und aber wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich lasse euch jetzt mal hier stehen und hole mein Taschentuch. Das geht gar nicht. Augenblick bitte. Entschuldigung, Entschuldigung. So, und da bin ich auch schon wieder. Nee, also weißt du, das geht ja nicht. Sitzt man hier und dann tropft einem so der Rotz aus der Nase in die Tastatur und Finger kleben dann an den Tasten fest und das stört ja dann auch das Gameplay, wenn man die Finger nicht mehr richtig anheben kann und so und äh Gott, ja. Jetzt habe ich mich doch ein klein wenig, äh Hallo? Trefft ihn jetzt! Ah! Nimm da! So. Gehe ich jetzt wieder in die falsche Richtung? Nee, ist richtig. Ähm Den möchte ich nachladen. Und Ey, Ripperkling. Yes, ja. Wunderbar. Also so nützliche Waffen Munition, die man viel verbraucht, wie Impulsprojektile zum Beispiel. Das kriegt man natürlich nicht so viel, aber mit Ripperkling wirst du zu beschissen. Kann du mir eine Hand? Das ist echt krass, was hier so rumfliegt, das ja. Oh, Thorstenfreunde. Ja. Äh. Hm. Hm. Wie das wohl? Achso, das sind Ventilatoren. Gott sei's gedankt, dass die aus sind. Das wäre ja sonst witzig, hier durchzukommen. Das wäre sonst mit Sicherheit wieder ein klassisches Fall. Äh, menschliches Versagen. So, was ist das? Achso, da kann ich so. Äh. Und jetzt kann ich den machen und den nicht machen. und, oh, das sind aber Impulsprojektile. Schön jetzt. Alter. Äh. Äh. Was? Okay. Energiezufuhr wieder. Oh. Ja, Energiezufuhr wiederhergestellt war natürlich sehr... Ach, nee, hab ich nicht gerade noch gesagt. Ich hab mal lieber die Klappe halten sollen. Hä, 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 hä. Ich hab mich jetzt richtig getroffen. Äh, hä, hä, hä. Äh, hä, hä, hä. Das sind zwei. Ach, nee. Die, äh, hä, hä. Ja, ich fände sie nicht, sondern die eigene Klappe. Also das mit den Tastenhot-Dingern, gut, meine Maske ziehen, das ist ja auch so eine Sache, ne? Das geht ja auch einfach nicht in meinen Kopf, wenn ich mich nicht mache. Auch wenn ich seit, ich weiß nicht, wieviel Folgen... Boah, ey, ach. Jetzt weiß ich aber hier. Boah, mit einem runden Raum, ohne Schwerkraft laufen. Wie hat sich das denn mit der einen fallen lassen? So, ist der andere Typ jetzt tot. Und ich habe die Orientierung verloren, ich weiß nicht mehr, in welche Richtung ich muss. Achso, wir gehen dem Luftstrom entgegen, an die je nachdem. Habe ich medikator gesagt? Genutzt, ohne zu, ja. Äh, nein, nein, nein! Ich glaube, es waren nur zwei Ventilatoren, oder? Bitte sagt, dass es nur zwei waren. Da nicht hin, da. Hallo? Da hin. Also diese Sprung-Engine, ich bin ja froh, dass sie das... Oh, cool. Dass sie das geändert haben. Da ist man ja in den nächsten Teilen viel besser dran, weil man sich einfach... Oh nein, der ist rot! Und nicht tot! Und nicht tot! Die kaputt! Die kaputt! Mag sich nicht! Wie kann das denn sein, dass... Ne, jetzt weiß ich, warum es gerade ein großes Medipad gab. Die klinge stoppt den Kerl überhaupt nicht. Tja, schau. Bin ich tot, das weiß ich. Ja, und Mittagsschläblinge macht der Kerl. So, ich muss versuchen, da auf seine... Nein! Und gleich kein Medipad mehr. Fallen, auf seine Schultern da oben zu treffen. Verklaufen hat auch überhaupt keinen Sinn. Ja, kein Medipad mehr. Scheiße. Ja, das ist ein Energie-Kling, ja, das ist ein Energie-Kling. Okay, ähm, so. Lebenspunktemäßig sieht das ja gerade nicht so rosig aus. Muss ich mal gucken, können wir uns... Mh, haben wir uns nicht. Vielleicht ein kleines? Äh, tatsächlich. Ach, Moment. Äh, nein. Haben wir nicht... Äh. Ne, ausnahmsweise haben wir mal nicht, aber wir haben ein paar Super-Kling. So, jetzt können wir uns nämlich schon ein mittleres in der Medipack leisten. Das ist wenigstens... Ähm, Entschuldigung. Wenigstens etwas, wollte ich sagen. So. Jetzt haben wir die Energie wieder hergestellt. Jetzt kann ich einmal die Waffen alle nachladen. Oh, das wird ja anspruchsvoll. So. Und den auch noch. Und... Aufmachen. Und keine Stase mehr haben. Und... Gut, aber da drüben ist ein Stase-Ding. Und Schränke. Blut. Ja, natürlich. Natürlich. Oh, Impulsprojektile. Gut, und... Alter, ist jetzt nicht dein Ernstspiel. Dreimal Energie für die Energiekanone. Was sollen wir denn damit, meine Gü... Der tut weh? Ich wusste gar nicht, dass die Güten wehtun. Ich wollte ihm gerade eine Super-Latz holen, oder so. Ach, mein Gott. Lass gut sein, Bursche. So. Mal haut der mich einfach, der blöde Kerl. So. Auf. Stase. Marker rüberbringen. Können die sich nicht einigen, auf welcher Seite die 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 Puls hier anbringen wollen? Auf. Stase. Marker durch. Speichern! Schön, ja. So, da möchte ich bitte speichern. Und, ja. Wunderbar. So, jetzt bin ich mir hier gerade... Ja, so. Ich sag's euch Leute, krank sein ist echt nicht schön. Auch wenn ich ja gar nicht mal so krank bin. Wisst ihr, das ist sowas von dieses Verhaltene. So ein bisschen nix halbes und nix ganzes. Womit man ewig lang nur rumhängt. Was aber nie wirklich da ist und dann auch irgendwie nie wirklich weg... Das ist so schlimm, finde ich. Aber andererseits wird man dann auch nicht völlig außer Gewicht gesetzt. Das ist vielleicht auch ganz gut, dass da irgendwie keiner... Aber der ist glaube ich tatsächlich... Oh, da drüben ist halt in der Knoten. Oder so, Kraft Dracula kommt, Dings. Aber das kannst du doch hier jetzt nicht. Also, das kannst du schon, aber... Finde ich cool. So. Ich hab' mit dem Aufhören würde so zu röcheln, ne? Ne, hier ist nix mehr. Aber da drüben ist noch was. Ja, Munition haben wir ja in Arsch voll gerade, aber... Genau das suche ich. Ah, Stoff. Ja, credits toll. Da kannst du ja jetzt auch nix von kaufen. Also irgendwie schon. Äh. Den da durch. Und das hört sich nach so einem großen... ...Darm-Anbieter. Die kennen wir ja jetzt schon. Ein bisschen... Einigermaßen damit umzugehen. So, Marker durch. Schließmechanismus. Vorauf, vorzu. Umgekehrt. So. Schön gemacht. Jetzt geht das andere vorauf. Und wir können hier durchgehen. Oh. Wir sind durch. Wir sind durch. Ich bin sowieso total durch. Alter, wir sind auf Tatooine. Wo ist Jabba die Nutte? Krass. Das ist doch hier... ...Energie für die Energiekanone. Das ist doch hier. Das ist doch... ...eins zu eins dieses... ...im-Sand-Wohnen-Monster-Vieh. Wo die... ...leute von Jabba reingeschmissen werden. Cool. So. Ich hab kurz überlegt, ob ich geblitzt-dingst werde, wenn ich da rübergehe. Was kommt jetzt? Ich muss kurz kaputt gehen. Tatsuh! Und eins! So. Und... Oh, was? Wie kommen die Soldaten denn hier unten hin? Das ist ja jetzt aber unruhig. Oh mein, ich hab noch so einer. Oh nein, jetzt verfehlt die Starz ihn auch noch. Nein! Nein! Oh nein! Oh nein!